Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute haben wir ein kleines Review zum, äh, was sagen unsere Warzone Elite? Der COD-Killer. Der beste FPS aller Zeiten. Das beste Game aller Zeiten. Es ist alles besser als Call of Duty. Ja, vielleicht sollte man aufhören, seine Leute zu verarschen und einfach mal ehrlich sagen, wie es ist. Defiant oder Deviant, ich bin mir nicht 100% sicher, wie es ausgesprochen wird, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Äh, aufgrund der Serverprobleme von der Beta, die läuft jetzt noch bis 24.04. glaube ich. Und weil die Serverprobleme so immens sind, ist ja auch nur Ubisoft dahinter, kann man ja auch nicht erwarten, dass da viele Leute bei einer freien Beta Lust haben, mal zu testen. Ähm, wollen sie die Beta jetzt verlängern? Auf meinem Twitch-Kanal könnt ihr das VOD auch ansehen, daraus habe ich jetzt auch einige von den Runden oder von den Szenen hier mit drin. Ich hatte das Glück, dass ich, ähm, den Playtest vor 6 Wochen schon mal mitmachen konnte. Ähm, der war mit NDA versehen. Das heißt, ich durfte kein Video darüber machen, kein Stream darüber machen, gar nicht drüber reden. Ich durfte eigentlich nur still alleine in meinem kleinen Kämmerchen spielen. Und da war es so, dass ich echt ein bisschen enttäuscht war, denn Controller-Input, Aim-Assist, ähm, Server-Connection, das war alles ganz schön rocky und schwierig. Und wenn ich jetzt vergleiche zu, seit 6 Wochen, welche Entwicklung das genommen hat, ist es ehrlich gesagt nicht viel besser geworden. Ähm, im Prinzip ist es einfach nur ein FPS-Arena-Shooter von ehemaligen Entwicklern von Call of Duty 4, die nicht mehr einverstanden waren mit der Richtung, die Activision mit den Entwicklerstudios eingegangen ist. Und haben unter der Schirmherrschaft von Ubisoft denn jetzt eben ihren eigenen FPS-Shooter rausgebracht, beziehungsweise er wird Free-to-Play rauskommen. Es ist aktuell ja nur eine Beta, es wird wohl noch eine kommen, noch eine ganz offene. Die hier ist jetzt auch schon offen. Ihr könnt per Twitch-Drops irgendwo 30 Minuten zugucken, kriegt so ein Q-Code, den könnt ihr ja umsonst spielen. Bei Alienware könnt ihr euch kurz anmelden umsonst, dann kriegt ihr auch einen Code. Also wer spielen will, egal, es ist Crossplay, findet eine Lösung. Ähm, das Game ist ganz unterhaltsam, aber diese ekelhaften Vergleiche mit, ist es besser als Warzone. Also wer so dumm ist und ein Battle Royale mit einem FPS-Shooter in der Beta vergleicht, dem kann ja auch nicht mehr helfen. Es ist kein COD-Killer, wie die Leute sagen. Und es leckt einiges. Und das größte Problem ist einfach, dass man die Beta nicht so richtig testen kann, wie man das möchte, weil man Ewigkeiten in den Ladebereichen ist, weil man einen unfassbaren Input-Delay auf Controller hat. Ich habe schon überlegt, ob ich da mit Maus und Tastatur einfach ein paar Stunden spiele, was durch Tarkov ja mittlerweile kein Problem mehr ist, weil es da wohl besser sein soll. Dieser Delay war in der Beta oder Alpha vor sechs Wochen auch schon da. Da war es schlimmer als jetzt, aber es ist halt immer noch da. Und es ist, als wenn der Charakter in dem Moment, wo ihr euren Controller in den Befehl gebt, nicht sofort realisiert, was ihr von ihm wollt und es ist alles so zeitverzögert. Die Server-Performance ist grottig, also wirklich grottig. Und die Ubisoft-Server haben gesagt, sind wohl voll, sie haben keine mehr, wird wohl auch nicht besser in der Beta. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, gerade wenn man Leuten nach dem Fail, was Call of Duty einfach mittlerweile ist, eine Alternative bieten kann und im Prinzip dieselben Probleme hat, die Call of Duty auch schon seit Wochen und Monaten hat. Nichtsdestotrotz, kein SBMM wird das Game haben. Es wird einen Ranked-Modus haben. Dieser Ranked-Modus ist jetzt schon in der Entwicklung, was ziemlich gut ist. Hat verschiedene Spielmodi, sowas wie ihr kennt, also Eskortieren, Herrschaft. Ist mehr oder weniger Fast-Paced. Ihr könnt Slide-Canceln, das ist ein bisschen abgewandelte Form, ist jetzt nicht irgendwie Game-Breaking, ist einfach okay. Ihr könnt beim Rutschen schießen. Das Aim fühlt sich sehr komisch an, weil irgendwas mit den Empfindlichkeiten da nicht so richtig stimmt. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht drüber. Das sind so Sachen, an denen kann man aber arbeiten. Generell ist es aber so, dieses Game wird auch einen Prestige-Modus haben, ähnlich wie COD das hat. Und ja, im Prinzip erklärt das schon alles. Ihr habt verschiedene Spezialisten. Und wenn man es in einem Satz zusammenbrechen müsste, wie es sich in COD-Sprache anfühlt, weil das für viele von euch ja der einfachste Vergleich ist, für mich fühlt sich Deviant an wie eine Mischung aus einem schlechteren Black Ops 2 und einem schlechteren Black Ops 4. Es ist okay, aber es wird genau dasselbe sein, vermute ich aktuell, ohne jetzt irgendwie pessimistisch sein zu wollen, wie Splitgate oder was wir da alles hatten. Die Games sind auch in den Himmel gelobt worden. Nur, dass es im Prinzip nach drei, vier Wochen einfach auch gar keiner mehr gespielt hat. Und ich vermute, dass dieses Game in die ähnliche Richtung gehen wird. Es gibt keine Killstreaks, dadurch, dass ihr Spezialistenfähigkeiten habt, was immer schon ein Problem ist. Weil so bei FPS-Shootern, das ist auch mein Empfinden, bei Battlefield zum Beispiel, vermisse ich es immer, dass ich für meine gute Runde, wenn ich 5 oder 10 oder 15 Kills hintereinander mache, dass ich dafür nichts bekomme. Ja, meine Waffe levelt weiter und ich schalte einen Aufsatz vielleicht früher frei. Aber eine Killstreak zu bekommen, ob jetzt eine Drohne, eine Konterdrohne, ein Hater oder ein Blitzschlag, ist ja völlig egal, ist immer so dieses kleine Bonbon, dieser kleine Belohnung dafür, dass ich gerade eine gute Runde spiele. Und das gibt es da halt auch wieder nicht. Und das vermisse ich ein bisschen. Das habe ich in der Beta jetzt schon vermisst und auch vor 5, 6 Wochen, als ich schon mal spielen durfte. Überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Ist ein Fun-Game, wenn man so Server-Probleme, Controller-Input, Aim-Assist, der ist super, super gering und ich wirklich, tut mir einen Gefallen, bevor jetzt irgendeiner von euch von diesen üblichen schreibt, er kann ohne Aim-Assist nicht spielen. Ich spiele auf dem Controller und ich sage nicht mal, dass der Aim-Assist genauso wie ein COD sein soll. Nur ehrlich gesagt ist der Aim-Assist, wenn ich es prozentual vergleichen müsste, bei ungefähr 5% von Call of Duty, was halt deutlich zu wenig ist, weil das das Controllerspielen einfach nicht angenehm macht. Und wenn ihr große Fans von Deviant seid und sagt, äh, lernt das besser. Ich kann auch mit Maus und Tastatur spielen, ich möchte aber mit Controller spielen. Und wenn es Crossplay sein soll und Spieler abholen soll, wird es auch auf Controllerspieler ausgelegt sein müssen. Das ist nun mal so, da kommt ihr nicht drum herum. Also nicht jeder angesprochen fühlen, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, ja, irgendwie hält mich das so ein bisschen zurück, hier zu sagen, was für ein geiles Game und ich werde es 18 Stunden am Tag suchten. Die Realität wird folgende sein und das haben wir in den letzten Monaten einfach sehr häufig gesehen. Es kommt irgendwie Neues, was sich selber anschiebt, Konkurrent zu sein. Was es Gameplay-technisch vielleicht sogar sein könnte, aber viele von uns und viele von den Casual-Gamern, die auch gar kein YouTube, kein Twitch gucken, kaufen Call of Duty trotzdem immer noch über ein anderes Game. Und es liegt schon lange nicht mehr daran, dass Call of Duty eine Franchise ist mit qualitativ geilen Gameplay, Grafik, Sound, Ideen, sondern der Name. Und diesen Namen ins Wanken zu bringen, bei den Casual-Gamern, die sich nicht für SBMM, Server-Probleme, FPS-Probleme, Cheater und sonst was interessieren, ist eine Mammutaufgabe. Und Ubisoft, finde ich, hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen sind. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ubisoft hat mit den letzten Titeln, und ich will jetzt nicht Halo sagen, aber unter anderem, ziemlich, ziemlich in die Scheiße gegriffen. Und dieses Game soll kein Battle Royale bekommen, wo ich heilfroh drüber bin. Ich kann das Wort Battle Royale oder die Worte nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Nicht jedes Game braucht ein Battle Royale. Dieses General ist absolut ausgelutscht. Das ist wirklich gefühlt, Kein Mensch will mehr einen Battle Royale. Mein einziger Wunsch nach so vielen Jahren Enttäuschung ist, mal wieder einen guten, unterhaltsamen Multiplayer zu bekommen. 6 gegen 6, coole Killstreaks, Totenstille als Perk. Das übrigens ist etwas, gibt da kein Totenstille in dem Sinne, macht aber auch nichts, weil die Schritte sind nicht laut. Rote Punkte auf der Minimap. Also, Deviant schiebt sich an, viele Sachen zu machen, die standardmäßig 15 Jahre zu Call of Duty gehört haben, die uns Infinity Ward die letzten 2-3 Jahren einfach weggenommen hat. Nichtsdestotrotz, auch wenn es all diese Elemente hat, die wir uns wünschen, fehlt diesem gesamten Gameplay einfach das besondere Etwas, was das von anderen Games, die sich dazu angeschoben haben, abhebt. Und es wäre wahrscheinlich für die Aufrufzahlen heftiger und besser, wenn ich hier das in den Himmel loben würde, so dass ihr dann irgendwie auf Twitch heute Abend zuschaut. Aber es ist einfach aktuell von dem, was man in der Beta sieht, nicht gut genug, um es mit dem Namen Call of Duty aufzunehmen. Und das sollte es auch ehrlich gesagt gar nicht probieren, weil du kriegst diesen Namen nicht so einfach ins Wanken, obwohl es schon längst verdient wäre, dass man das Game Call of Duty mit dem Namen und dem Gameplay dahinter nicht mehr kauft. Ihr seht es auch so ein bisschen im Hintergrund, es spielt sich teilweise schon ganz gut und der Unterschied, wenn der Server gut ist und die Server Connection zum schlechten, ist schon brachial. Also in der guten Runde mit guter Server Connection hatte ich wirklich Spaß und dann mit schlechter Server Connection war sie eigentlich bei Null. Der Input Delay ist trotzdem merklich da. Das Rutschen mit dem Schießen klappt alles nicht so 100%. Es gibt eine einfache Übersicht, eine einfache User Experience Interface. Es gibt einfache Aufsätze, wo statistisch steht, was der Aufsatz macht. Auch etwas, was Infinity Ward nicht kann, weil die alle wirklich geistig eingeschränkt sind oder so. Aber Fazit zu dem Game. Es ist ganz witzig, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt, was alles bis zum endgültigen Release, der nicht bekannt ist, dabei rauskommt. Aber bitte, ihr hört auf niemanden, der euch sagt, das ist ein COD-Killer. Wirklich. Beschmeiß die Leute mit Abfall oder so. Es ist so eine dumme Aussage. Schreibt mir eure Kommentare unten rein. Was haltet ihr von der Beta bisher? Habt ihr schon gespielt? Wie lange habt ihr gespielt? Bin sehr gespannt, ob ich der Einzige bin, der da ein bisschen nüchtern an die Sache noch angeht. Ich bin raus, Leute. Haut rein.